Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verforest Mit Concord Und Skulder Und Willkommen Oh, da fehlen ja noch die Blumen Was? Wo? Oh, haben wir die nie eingepflanzt? Nope, ich hab auch keine Samen grad dabei Ähm, ich aber Geh mal ein bisschen auf die Seite Dann pflanze ich da mal Ich weiß nicht, was das für ne Blume ist, aber ich hab auch nur eine dabei Fast Muss reichen Södele, die letzte Folge ist ja schon wieder ein bisschen her Es geht eigentlich, also Ja, paar Wochen Oder Zwei Wochen Zwei bis drei Ja, das ist jetzt mal ne kurze Pause dazwischen So, oh, und da wollte ich natürlich mal weitermachen Oh, ich mein, das mit den Pausen kennt ihr ja mittlerweile schon Genau, bei Forest ist es halt jetzt eher so Ja, so, 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 so Ich sag mal am besten Ein direkt Auf den absteigenden Mast Ja Also wie gesagt, wir haben ja schon vor ein paar Folgen gesagt Dass wir so langsam zum Ende kommen wollen Aber wir wollen halt so einen richtigen Abschluss finden Wenn dann zum Beispiel für Forest 2 rauskommt Damit wir dann da gleich durchstarten können Ja Auch wenn das wahrscheinlich auf der Laune ist Aber das ist halt immer Wir sind halt mit Abschlüssen In Videospielen immer ein bisschen so Vor allem bei Forest findet er mal einen Abschluss Also ja, halt die Geschichte, die Story fertig machen Weil danach ist es ja wirklich vorbei, ne? Da ist ja Ja, ich will also das hier echt mit der Story beenden eigentlich wieder Weil die ja anders ist und ich würd's ja schon gern Aber ich mag halt alle Bauprojekte Wir müssen die echt alle fertig machen Bevor wir jetzt irgendwas Neues anfangen großartig Ist halt immer das Problem sowas wie die FETZ laufen nebenbei Aber ich mag diese Hämmer loskriegen alle mal Das Dach Ja Jetzt machen wir erstmal das Dach Bevor wir jetzt lange rumreden Ja, das Dach Machen wir das Dach fertig Moment, es wird ja langsam dunkel Schaut's mit dem Schlafen aus Ja Ah Naja, man könnte sogar schlafen Also Könnte schlafen Aber jetzt wird's echt schnell dunkel Ja, es ist ein Ticken noch zu hell, glaub ich, oder? Ja, ja Aber wenn wir jetzt schlafen Ist der Schlafrhythmus wieder am Arsch Stimmt, wir haben mehr Licht Das hab ich schon vergessen Gut Aber grundsätzlich Bäume fällen können wir jetzt auch nicht Nee Hm Gut Wir könnten uns ja der Weimar überlegen Ah, Innenaus Ach Innenausbau Aber da haben wir wieder so Ja, gut Früher oder später müssen wir's, ne? Gut Wir wollten ja jetzt von unserem Von unserem Sollen wir schnell Das Haus machen? Äh, das Haus Äh, das Dach machen? Genau Sollen wir jetzt da hinten auch noch Dächer machen Sonst können wir die einfach mal schnell drauf klatschen Genau Und Dann Hier Außer beim mittleren Bei unserem Lagerhaus Überall jetzt Eigentlich Dächer drüber hauen, ja Vor allem Ich glaub, es hält sich sogar in Grenzen, oder? Weil es sind ja nicht so große Häuser jetzt Nee, ich glaub das ist nicht so tragisch Dann bräuchte man vielleicht auch gar nicht so viel Holz jetzt Nee, vor allem da würd ich sogar nur so ein Dach drüber machen und nicht schließen Wie rum Weiß ich jetzt nicht Ähm Also ich würd sagen, dass Achso Also ich würd immer den Ausgang, also so gesagt, da wo du rausgucken kannst, immer links und rechts von der Mitte eigentlich Das würde man eigentlich Das würde man eigentlich Glück sagt, wenn man hier eigentlich hier oben steht Das ist ja das meiste Dass man vielleicht Nicht Ins Haut schauen können Ja Sondern eher, dass man auf die Schräge schaut Ja genau, das habe ich gemeint Immer links und rechts von dem Gebäude Also von hier aus links, rechts, äh links, rechts Ja genau Gut, dass sind wir uns da einig Kann man das beeinflussen? Ja doch Schauen wir mal Normal schon Okay Du probierst das mal bei dem Haus, ich bei dem Haus Schauen wir mal, ob es irgendwie geht Weißt du nicht mehr, wo das jetzt war Kleines Glück Ja, ich schau her Ah, da war doch, äh, eigenes Dach Eigenes Dach Perfekt Äh, genau, so war das nicht Dann So Perfekt, ja Ähm Wie hoch wollen wir das denn machen? Wie hoch? Ich klein Ganz schmal, oder? Würde ich sagen Relativ schmal Da ist doch immer dieses Es soll halt noch schön ausschauen Ja, aber Oder möchtest du es sehr, sehr schmal Das Problem ist, ich hab grad ein bisschen Warte, da muss ich mal so rum Okay Ah ja Hä? Nein Nein Ich hab's grad verkackt Warte, ich muss das mal hier Riecht das wieder weg Ein bisschen hoch Ah ja Genauso Deine Höhe, so hab ich es eigentlich auch gemacht Jaja, aber ich hab's eben verkackt, weil Äh Verkäst Ah, ich hab's beim falschen Ding gemacht wahrscheinlich, oder? Jep Hehe Vollidiert Krieg's aber gerade nicht hin Scheiße, dass es auf der anderen Seite ist Hast du's geschafft auf der anderen Seite? Ich hab's dann bekommen Toll, das funktioniert jetzt hier wieder nicht Hä? So, ich krieg's grad nicht hin, dass es Lol, sag mal Moment, aber Ich glaub, das ist immer Ich glaub, wie immer die breitere Seite ist glaub ich immer dort, wo offen ist Kann das sein? Nein Nein Guck mal, wenn ich bei dem Haus das mach Kann ich beides machen Ich kann das hier so hoch Aber wenn ich auf die Seite hingehe, passt das Wenn ich das aber bei dem Haus machen möchte Kann das aber auch nicht Ich glaub bei so ner gewissen Breite kann man's eventuell einstellen Ich kann's hier jetzt aber auch nicht einstellen Ich kann's hier jetzt aber auch nicht einstellen Da ist es zwar richtig, aber Obwohl Warte, mit C, oder? Ne Ne, C ist nur Da geht das auch nicht Hä? Das ist jetzt Ne Lol Genau bei dem Haus Wo man's einstellen könnte Da wollen wir kein Dach drauf haben Sehr schön Na, deswegen wird's kacke Ja, man kann das ja manuell machen Ich hab's ja da hinten auch geschafft, ne Zu drehen beim großen Haus Aber manuell ist halt immer relativ kompliziert Das gerade zu machen Weißt, wie ich mein? Ein bisschen blöd Kann man das da nicht aussuchen, in welche Richtung? Lol, hast du das grad so hoch gemacht? Ja Komm, wir müssen mal schlafen Vielleicht können wir da sogar mal ein Auge zudrücken und sagen Scheiß drauf Wir machen einfach das Dach drauf Ja Weil ich hab da grad irgendwie kein Bock drauf mit Mit dem manuellen Bauding wieder ewig lang rum zu machen, damit alles gerade ist Ich speichere lieber mal Ich hab zwar nichts gemacht, aber speichern ist immer gut Ja, dann ist es halt so Scheiß drauf Vielleicht schaffen wir es sogar, dass Ja, dann machen wir mal so Gucken wir mal, dass es überall Nach vorne ist Damit es wenigstens gleich ist Weißt du, wie ich mein? Ja Da noch nach vorne und dann ist gut Ja, perfekt Ja, da vielleicht könnte es sogar ein bisschen schmaler sein, weil es eben nicht so breit ist Ist ein bisschen weit runter, meine ich Äh Äh Sag jetzt nicht, wenn ich mal hoch Äh Achst Warte, ich bau das lieber mal von dieser Position aus Perfekt Sieht gut aus Gut, dann haben wir da auch ein Dach Dann habe ich sogar vielleicht eine Idee Immer zwischen den Achso, da wo die Lücken sind Also da ist ja frei Ja Eine kleine Beleuchtung rein zu machen Ja So ein Kronenring oder so Mhm Ich muss jetzt erstmal essen und trinken Aber was mich so ein bisschen nervt bei dem Spiel ist Das wäre schön, wo die beiden Balken zusammenkommen, dass da noch irgendwie was drüber wäre Ja Dass die rumschweben, ne Ja Ja Dass das ein bisschen ein Verbindungsstück wäre, dass das ein bisschen schön ausschaut Ja Ähm Wie war hier die Anordnung? Ich weiß es nicht mehr Was soll ich essen? Von rechts oder von links? Ähm Das Von rechts, ne Links ist immer frischer, ne Ne Ja genau Ne, das ist älter Das da Das sind die alten wahrscheinlich Ja, das ging sogar War jetzt nicht Naja Haben wir Regenwasser hier? Nein, nein, nein Das verdunstet doch immer wieder Ich habe auch das geblieben Weißt, wir haben so viele Schildkröten Dinge, aber das bringt uns meistens gar nichts Ah Nicht so viel Achso, es bringt schon ein bisschen was, aber Ja, aber Ja gut, halt eigentlich den 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 Trinkbehälter auffüllen Hier So, dann haben wir hier wenigstens schon mal die Planung gemacht Das lassen wir ja Man braucht trotzdem noch ziemlich viel Holz jetzt Ja, weil es einfach drei Dächer sind Ja Aber es geht ja relativ zackig eigentlich mit dem Holz Wenn man dran bleibt Haben wir hier noch einen Wagen, oder? Ja mit dem Tustfleger Wo ist denn der andere Wagen? Ja ja, wir hatten ja drei Ich weiß aber nicht, wo die sind Wohl Bei der Kirche hinten, wenn ich das richtig sehe Kriegt das Ding nicht? So Jetzt ist zu Halt, das sind keine Bäume Ich will gerade irgendwie mit meinem Mausrad irgendwie die Waffen wechseln Ich auch Das ist etwa sowas, das hatte ich noch nie ins Forest Ja, ich glaube wir spielen zu viele Shooter Ja nicht Ich muss jetzt mal wieder gucken Da ist die Gas ist leer Habe ich wohl Hey Nimm mal neue Pfeile mit, wenn ich schon mal hier bin. Cool eigentlich, dass wir jetzt die Pfeile direkt neben unserem Weg haben. Da brauchen wir das nicht mehr so ewig lang suchen im Wald. Auch Klebeband haben wir jetzt in Massen. Bei Klebeband war ich auch nicht immer so voll. Jetzt ist die Frage, wo fällen wir jetzt eigentlich? Wir müssen ein bisschen aufpassen, wir achten der Kirche, ne? Ja, stimmt. Die zwei Bäume, haben wir gesagt, lassen wir die stehen. Einen Moment da. Mampf, mampf, mampf. Es könnte ja sein, dass wir die zwei stehen lassen, weil es eigentlich ganz nice ausschaut. Aber auch hier, das sind ja wahrscheinlich keine Bäume, die wir fällen können. Und das Regenheiz ist was? Okay, passt perfekt. Ich muss den nur konstant. Alles gut, ich habe die Leute, denke ich, weiter unterhalten. Weil ich glaube, die zwei Bäume... Die ist gerade direkt neben mir gespawnt oder hingelaufen. Ich sagte doch, die spawnen und die spawnen. Habe ich doch schon immer behauptet. Ja, ja, also das habe ich gerade... Ich weiß nicht, warum wir die zwei Bäume nicht gefällt haben, weil wir gesagt haben, lass mal stehen, weil es schön am See ausschaut. Nee. Nee, du da. Gut. Ich glaube, das war zu voll, oder? Dass wir die jetzt einfach so... Ich glaube auch. Ich glaube auch. Hast du noch einen Wagen geholt? Nee, ich war gerade dabei. Was ist denn der? Loh, nicht jetzt. Ah, ist ein Wagen. Ich weiß zwar nicht, ob das jetzt der ist, den du mitgenommen hast, aber... Ah, das ist aber. Ich gehe mal wieder ein bisschen zurück. Ich habe immer mal Angst, dass ich den Wagen irgendwo stehen lasse, und dann finde ich den nicht mehr, weil der voll in dem... Oh! Ah! Durch diese blöden... Pflanzen sieht man ganz in Baumstämme nicht mehr, wenn man die gefällt. Ja, und auch unser Wagen, der ist ganz schön versteckt hier. Okay. Ah, sehr gut. Das sind Bären. So, ich muss jetzt aber mal, äh... Scheiße, ich habe kein Benzin mehr. Benzin. Achso. Scheiße. Nein, da jetzt... Muss ich jetzt echt wieder mit der Axt anfangen? Ach, scheiße. Moment, in welcher? Es gab doch eine Höhle, da gab es doch Benzin. Relativ viel Benzin. Aber ehrlich gesagt... War das bei der einen rot markierten Event? Ich glaube schon, ja. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Lust in... Ich weiß noch, es war, glaube ich, so eine Höhle, wo man relativ weit runter musste, oder? Da war doch unten schon ein Lager, wo ganz viel Benzin war, mit Dynamit und Leuchtfackeln, was kann das sein? Ja, ich glaube, du hast recht, aber ich muss sagen, ich habe gerade keine Lust in eine Höhle zu gehen. Ja, vor allem, wir wissen jetzt nicht 100 pro, welche Höhle es war. Das ist halt jetzt ein bisschen... Wie viel Benzin hast denn du eigentlich noch? Es musste theoretisch ja nur eine Bäume fällen, ne? Ja. Ja, genau, also... Stimmt, ich kann eigentlich fällen. Also, wenn wir jemals neu anfangen sollten, nochmal, was ich irgendwie nicht glaube, weil ja dann der nächste zweite Teil irgendwann rauskommt. Gut, das könnte aber auch noch dauern, weil die eigentlich keine Infos noch nicht groß zugegeben haben, außer der Teaser-Trailer. Ihr letztes Jahr E3 oder so wurde doch, glaube ich, was veröffentlicht, ne? Oder Gamescom, meinetwegen was. War das nicht sogar später? Naja, aber hier an diesem See sind so viele blauen Beeren zum Essen. So geil eigentlich. Ja, stimmt. Da kommst du echt gut. Scheiß Wagen hin. Ey, die Bische, die gehen mir hier ein bisschen auf den Keks gerade. Ey, ich glaube, du wolltest dir noch irgendwas sagen, oder? Wenn wir neu anfangen sollten, dann... Ja, dann müssen wir hier bauen, am... Am See, weil ich hier die ganzen... Ach so, jetzt ist es okay. Habe ich den Satz nicht beendet, Entschuldigung. Sag mal, hast du meinen Wagen genommen? Du hattest doch einen eigenen, oder? Ich habe doch einen zweiten hergeschafft. Ich habe meinen Wagen jetzt mit den Baumstämmen gerade in unser Lager geschickt. Und auch geliefert. Aber ich habe doch einen eigenen... Da in dem du hergefunden hast. Ah ja, da ist er. Okay, passt. Ich habe ihn wiedergefunden. Der ist... Ich sagte ja, die sind so krass im Busch. Die siehst du einfach nicht. So. Und der steht auf dem Kopf, deswegen war es vielleicht noch verwirrender. Naja. Oh nein. Oh nein. Oh nein. 2? 3, 3? Oh, hier sind viele. Ach, du bist auch schon bei mir. Oh gut, dann fühle ich mich ein bisschen wohler. Sind die denn? Ich sehe die ja nicht mal. Oh, hindert die alle. Oh, leu. Wow. Springt... Oh Gott, das war ein Headshot. Nein. Nein, das war kein Headshot. Ach, meine Güte. Bewegt dich halt nicht genau, wenn ich schlage oder... Au. Das war ein Headshot. Ich habe auch ein Headshot gemacht. Perfekt. Meine zwei Pfeile wieder. Ähm. Ich trage die mal kurz da zum Weg zur Kirche vor. Ja, das sind aber auch ganz viele bei dem Weg. Warte, hier haben wir alle. Hier haben wir alle. Mach, mach mir hierher. Mach mir hierher. Bisschen weiter vor, weil hier vorne haben wir schon alle. Hör mal du dich weiter um die Baumstämme. Ich tage die mal. Alles klar. So. Weißt du nicht genau, was wir brauchen, aber Köpfe immer, ne? Ja, Köpfe ist man der Ware. 17 Beine noch. Vor allem Arme brauchen wir noch viel. Beine auch noch. Beine dachte ich immer, dass ich in Übermengen habe. Ne Beine ist ja gar nicht mehr so das Problem. Ne, ne Beine ist eigentlich kein Problem. Vor allem Köpfe eigentlich. Das haben wir. Ah ne, da fehlen Arme. Perfekt. Wieder eins fertig. Achso. Und da irgendwie, die haben wir fertig. Die kann man, ach ne, da fehlt ein Kopf. Mal wieder eins fertig. Schaut's mit dem aus. Fertisch. Fertisch. Also mittlerweile eigentlich sieht's ganz nahe aus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Also das ganze Gestrüppchen, das geht mir grad so auf die Nüsse. Ja, das Gestrüpp, das ist echt ätzend. Komm. Mal mal kurz gucken. Da fehlen mir nur Arme. Arme. So. Die Beine, die muss ich jetzt loswerden. Arme, Arme. Bin mir ich sicher, aber ich glaube, ich hab kurz was stammt von gehört. Ja, hoffentlich nicht. Ach du Scheiße, das kommt mir jetzt erst. Hm? Wenn da einmal wieder so ein Typ kommt und da rennt der einmal über den Weg, reißt der dann alle Effigies ab? Aha. Daran hab ich noch gar nicht gedacht. Hilfe besteht, stimmt, ja. Da müssen wir richtig aufpassen, dass wir die dann weg von dem Weg locken, Alter. Also immer schön regelmäßig speichern. Weil ich hab echt keinen Bock, diese Effigies jemals nochmal zu machen. Alter, neun Köpfe. Ja, das ist nicht der Ernst. Neun Köpfe. Ja, das ist das Problem bei den Effigies. Man braucht relativ wenig Beine und so, aber viel Arme und Köpfe. Nice. Speichern. So, 18 Köpfe bei zwei Effigies ist schon heftig. An und für sich. Reh bleibt da. Also zwei Wägen wären jetzt schon voll. Nice, ich hab grad einen Reh mit, äh, einen Reh mit Katana erwischt. De fuck. Bist du nach oben geflogen? Nice. Ne, der Wagen. Weil ein Baum drauf geflogen ist. Ich habe irgendwie gehofft, dass er wirklich wieder normal landet, aber nein, er muss natürlich so scheiße nennen. Ja, aber dann kannst du ihn normal trotzdem aufnehmen. Ja, ich versuch halt, so. Ist der andere auch schon voll? Liegen noch welche da? Warte, man kann hier von. Oh, ja. Oder macht er was so. Ander ist voll. Aber ich glaub, da müsste noch irgendwas rumnehmen. Wenn man da mal was sehen würde. Ah ja, hier, ich sehe was. Eins, zwei. Gut, nee, also ich fällt da immer weiter. Wie weit hier kann man noch, oder? Das stört den Blick von der Kirche gar nicht, oder? Nee, da. Hier ist so die Grenze, oder? Hier ist so die Steine als Grenze. Ja, genau. Ja, gut, dann mach ich das mal. Möchtest du in einen Wagen schon mal zurückbringen? Dann will ich weitermachen. Ja, kannst du, kannst du mit der Motorsäge weitermachen. Ich gehe aber auf unseren Weg, weil da einfach keine Baumstümpfe sind. Das stimmt. An dem ich jetzt zum Beispiel hänge. Oder jetzt. Effigies haben aber auch was Gutes, ne? Hier sind so ein bisschen wie so, wie so Wegweiser. Ich weiß genau, weil wenn ich so nach oben fasse, sehe ich ja nichts mehr. Aber wie effigies sehe ich. Und dann weiß ich, wo ich dazwischen, wo der Weg lang geht. Ah ja. Ja, das stimmt. Spur, Spurhalteassistent. Aha. Oh shit, ich mach lieber wieder zu. Wenn die hier schon so rumschreien. Ach zu. Hast du eigentlich schon mal eine Lieferung abgebracht heute? Äh, abgegeben meine ich. Ja. Wie weit sind wir denn mit dem Dach? Sind wir da noch nicht fertig. Das geht. Fünf Stück noch. Also jetzt noch drei. Also das schaffen wir jetzt sogar noch. Ding, ich sch... Moment, wo ist eigentlich der dritte Wagen? Da muss doch... Auch da muss sein, glaube ich. Schau mal. Perfekt, da steht. Einer noch. Was mich auch manchmal ein bisschen nervt ist, dass wenn du durch so eine Treppe, wenn du bei einer Treppe hoch oder runter rennst, dass du dann manchmal so weit hoch fliegst oder wenn du schnell runter gehst, dass du eigentlich die Treppe nicht nimmst, sondern einfach nur runterjumpst. Und dann im blödsten Fall noch Schaden kriegst. Jupp. Aber ich sag mal, das Problem haben eigentlich relativ viele Spiele, muss ich sagen. Wenn man irgendwelche Abhänge runter, schnell runter geht, dass man dann näher fliegt. Lustig wäre es mal, wenn jemand das machen würde, wenn du so runter sprintest, dass du dann so wirklich so die Treppe runter stolperst. Also wirklich dann so rollst du dumm, 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 dumm. Eine blöde Frage. Ein GTA? Ich habe auch gerade an GTA gedacht. Aber das kannst du da nicht akzeptieren, weil ich finde, ein GTA ist eh so ein schwammiges, unlogisches Verhalten. Da kann man es nicht akzeptieren in dem Spiel. Das sehe ich nicht, weil da ganz ehrlich, da... Keine Ahnung, da läufst du gegen die Wand und der macht und fällt so in sich zusammen. Das ist so unrealistisch. Weißt du, wie ich meine? Passiert dieses nicht, oder was? So, dass wenn ich so gegen die Wand laufe oder so normal gehe, dass er dann so... ...zambricht wie so ein Schlapper da. Keine Ahnung, was? Das ist normal. Aber dann kannst du mal wieder einen Wagen bringen. Ich habe jetzt schon wieder zwei volle Wägen hier. Ja, ich mache hier gerade noch den Wagen. Zack, ja. In einem kleinen Gebäude, wo ich gerade den letzten... Nein, bin gleich da, bin gleich da. So. In dem Wagen. Ich bin unterwegs zu dir. Bin gerade am Wenden. Und dieses Tor auf und zu machen, das geht mir ein bisschen auf den Sack. Genau, da wünscht man sich jetzt doch Minecraft oder sowas. Ja, dass man einfach so einen Schalter macht, wenn man drüber läuft. Auf und zu geht. So. Ja, man muss aber sagen, Forest ist halt eher doch mehr ein Survival-Spiel. Wir machen halt ein Aufbauspiel draus. Oh, lol. Okay. Die Falle hat ausgelöst, die muss ich schnell wieder aufstellen. Glück gesagt hat es überhaupt keinen Sinn, in Forest eigentlich eine Siedlung da so aufzubauen. Da gibt es Spiele da, wo es eventuell sinnvoller sein könnte. Wenn man irgendwelche Warenketten oder sowas hat. Aber hier eigentlich ist es halt schön anzuschauen. Bist mir ganz kurz böse, wenn ich die Leiche... Weil eine Falle hat ausgelöst, da ist sogar jemand gestorben dran. Und die Leiche macht kurz zu hacken. Fahre ich selber die Wägen schon zurück. Ja, wenn ich da hingehe, ist es ja noch einer voll, oder? Da kann ich den auch schon austauschen, das ist ja nichts dabei. So, das war ein Teil. Hier haben wir schon angefangen. Noch kurz hier hin, dass wir den dann noch wieder finden. So. Freut mich kurz, wenn wir gut da herkommen. Scheiß drauf. So. So, dann haben wir hier noch ein Beinchen. Okay, das mit dem Weg ist vielleicht keine schlechte Idee. Ich brauche irgendwelche kleinen Roboter-Gehilfen. Oh shit. Ausweichmanöver eingeführt, ey. Ich stelle mal den Wagen hier ab und nehme mir einfach mal den nächsten, ne? Ich hoffe, dass du den Wagen nicht findest, in dem ganzen Strip hier. Da liegen ja noch zwei Baumstämme. Drei sogar. Ne, vier müssten es gleich dann. Tue ich mal sogar in den Wagen rein. Nicht, dass die irgendwie verschwinden. Ich sehe ehrlich gesagt gerade nur drei. Ah ne, da ist der vierte. Ist das doch jetzt schon fertig? Ist das große? Ja. Ich habe das kleine beim ersten Stocklager. Alles klar. Beim Stocklager. Hör doch auf jetzt. Irgendwie würde ich gerne mal dieses große Kreuz anzünden. Nur weil wir es kriegen. Aber glaube ich nicht, ne? Doch, ich glaube... Ich dachte, das könnte man anzünden, oder nicht? Ne, ich glaube nicht. Nicht? Ich glaube, wir haben gedacht, man kann es anzünden, aber ich glaube, es geht nicht. Also irgendwie dachte ich, dass wir das festgestellt haben, dass wir das anzünden können. Egal. Es sah alles sehr, aber ich glaube, das ist sehr... Gut, aber das ist irgendwie... Ich weiß nicht, ob du mal den Trailer von Outlast 2 gesehen hast. Da brennt doch auch so ein Kreuz. Das sieht schon nice aus, irgendwie. Ich weiß, das hört sich jetzt echt komisch an, wenn ich das sage, aber irgendwie... Ha. Das ist schon cool aus. Ne, das ist schon schon, ne? Kennen das Kreuz? Ich muss mal kurz die Straße verlassen hier. Man, irgendwie... Ich tue da immer... Das Holz rein, aber irgendwie wird es nicht mehr, habe ich das Gefühl. Sollte doch langsam mal... Was haben wir denn noch? Also ja, aber ist auch eine ganze Fuhre reingehauen. Nicht, dass man es... Ne, in den Stocklager kam nichts reintun, oder? Oder haben wir das ausversehen in das Locklager reingetan? Das habe ich gar nicht aufgepasst. Ne, da ist nichts drin. Aber irgendwie wird das nicht... So, das ist ja voll das kleine Dach eigentlich. Und wenn ich das beobachte, wird es nicht mehr. Das ist das ganz merkwürdige. Ah, da steht 39 von 20. Warte, ich tue noch eins rein. Was, 39 von 20? 29 von 30, Entschuldigung. Ah ja, jetzt ist fertig. Okay, passt schon. Alles im grünen Bereich. Weißt du, Stocklager einfach komplett leer. Ich hau da mal meine Stöcke rein. No. Lol. Scheiße. Oh, das ist nur ein Stocklager. Ich weiß nicht, das hat es nie so richtig gebracht. Also ich habe ein, zwei Mal habe ich es doch schon verwendet. Für die Treppe und so war es ganz hilfreich, ja. Aber im Allgemeinen hat das auch sammeln. Generell bringt das nichts. Vor allem nicht so ein riesiges... Da reicht theoretisch nicht so ein, den Ding. Ja, ich sage mal, das meiste, was wir hier gebaut haben, war ja eher für das Schnauze. Dass wir halt einfach einen Grund haben, Gebäude zu bauen. Stimmt. Ich mag es halt alles sortiert und so, auch wenn Stein, Stock, alles einzeln ist. Ja, genau. Auch wenn sie nicht voll sind, aber man weiß, theoretisch könnte man da was machen. Ja, ich habe es schon... Also ich habe das Stocklager schon öfter mal voll gemacht. Und ich habe es auch wieder rausgenommen. Da an und für sich schon. Da denkst du dir, oh, ich habe das Sammeln gespart. Aber prinzipiell hast du es ja gesammelt und dann reingetan. Jetzt habe ich zum Beispiel auch meine restlichen reingetan, weil ich denke mir, wenn ich welche brauche, ganz ehrlich, hier ist so viel Gestripp und so viel Buschscheiße, die ich einfach ganz schnell holen könnte. So, ich bin wieder da. Erstmal ein paar blaue Bären schnell, wenn ich wüsste, wo die sind. Flick da rüber! Loll, wieso fliegst du da hin? Scheiß, braun. Hast du die blauen Bärenbüsche kaputt gemacht? Ja. Ähm, das könnte in meinem Mutanfall schon passiert sein, ja. Ah, ne, hier ist noch einer, Gott sei Dank. Ja, aber ich brauche mal wieder ein bisschen Ausdauer hier. Reicht fürs Erste? Oh, ne, es wird schon wieder dunkel. Ja, ich merke es, deswegen einmal nochmal sammeln, alles was du da... Was für eine Überraschung. Dahinten ist noch was. Wie weit geht's? Dahinter, ne? Boah, vor allem in diesem hohen Gestrüpp, wenn es noch so dunkel wird, dann sieht man gar nichts mehr. Das ist so dunkel, das ist übel. Ja, gleich der nächste Teich. Wie viel hast du denn jetzt gefällt? Ich kann das gerade gar nicht einschätzen. Nicht genug, wahrscheinlich für die 59. Was pro Wagen sind wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 oder 11 Dinger. Ja, dann brauchen wir mindestens, sag mal, noch fünf Fuhren wahrscheinlich. Ja, ich glaube, das ist aber kein Problem. Aber ich meine, jetzt zum Fahren, liegt hier noch irgendwas, oder? Denkst du, du hast alles? Ich glaube, ich habe alles. Gut, dann nehme ich den Einen Wagen. Aber wir könnten doch einfach kurz schlafen, oder? Achso, du meinst im Zelt, meinst du? Den Zelt vergesse ich immer. Ach scheiße, ich kann doch nicht schlafen. Oh lol, ist da auch so relativ lang. Speichert zweimal. Ja komm, dann nehmen wir schnell die Wagen. Gehen rüber und tun die schon mal raushauen. Ah, hab ich das gerade? Ah, da hinten. Oh ne, mir wird kalt. Das ist ein Dreck. Ja, dann komm schnell. Nehmen wir den zweiten Wagen. Oh, holy shit, richtig schnell. Oh, oh, Alter. Ja, aber ich glaube das sind auch eingeborene gerade. Oh ja, die sind so leise, die greifen mich sogar schon an. Null? Nein, 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 nein. Äh, sollen wir schnell in die Kirche gehen? Wow, wow, wow. Ist da nicht ein Lagerfeuer beim Zeltplatz? Stimmt, oder? Was man nicht anmachen kann. Herzlichen Glückwunsch. Geh ich mal schnell zur Kirche, das sind ja ein paar so Fackeln. Bringt das was? Du willst wirklich in die Kirche reinlaufen? Hallo, ich steh neben der Kerze. Bin nüchig, dass die jetzt unsere Kirche kaputt machen. Achs, ja. Dann hat man den mal reinmischt. Oh, lol. Hi. Moment mal, ich muss mal kurz was essen. Habe ich nen Snack dabei? Ich hab keinen Snack dabei. Dann ess die Beeren. Du hast bestimmt ne Beeren-Tasche ein bisschen, oder? Beeren-Tasche, Beeren-Tasche. Ich glaub, die hab ich auch schon da gemacht. Wo sind denn die Beeren? Ah, wir haben hier ein Feuer. Oh, geil. Hab ich zählt gerade erst. Ich hab ein Feuer gemacht. So. Bisschen hab ich vergessen. So. So. So gar nicht. So einen Hunger hab ich gar nicht. Dann köpf ich den mal schnell. Hm. Arm. 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 Beine würd ich auch gerne mitnehmen, wenns geht. Bein. Bein. Perfekt. Dann geh- Uah, jetzt werd ich bei ihnen ins Feuer gelaufen. Ja, vorsichtig. So, man kann jetzt gleich auch schlafen. Aber, wenn ich so bis auf die Zeit schau, könnte man... Ja, nach dem Schlafen könnte man mich auch gleich speichern. Genau. Wie ich vielleicht brauch's tragen. Hast du alles von dem Typen? Ja, ich hab zwei Beine, zwei Arme und nen Kopf. Dann kann ich ja trotzdem die restlichen Leichen noch reinwerfen. So. Stimmt, da denkt man gar nicht dran, ne? Immer. Ich hab überall so... So ein bisschen Knochen halt, aber das... Ja, klar. Ich mein, Knochen haben wir zwar jetzt relativ viel, aber... Im Prinzip machen wir einmal so einen Kronleuchter, dass die Hüter alle Knochen weg, ne? Oh shit. Wir sollten vielleicht ganz schnell... Oh. Oh. Weg von den Effigies. Das ist eigentlich so ein Fail, ne? Wir haben so ein riesiges Bauprojekt und jetzt... Eigentlich... Oh. Oh, warte. Es sind hier noch viele. Falsche Richter. Ich lauf mal kurz in unsere Basis rein und da schlafen wir. Und essen und... Okay, dann... Komm ich auch schnell. Oh shit. Uh. Hat keine Ausdauer, es ist nicht so gut. Oh. Au. Ja. Die verfolgen mich richtig hardcore. Lass mich in Ruhe. Da sind ganz viele... Mach du mal das Tor auf, bitte, schnell. Ähm. Ich geh auch nicht. Ich geh auch nicht. Doch, doch, doch. Oh nein, ich wurde vom Tor selbst weggedrückt. Nein, nein. Oh mein Gott. Wir haben ein Problem. Zwei müssen wir killen. Drei müssen wir killen. Ich bin hier rein. Ich hab keine Ausdauer. Es geht grad nicht. Kann grad nicht kämpfen. Null Ausdauer. Oh. Crabbinger. Scheiße. Nein, hab ich ja will. Ich hab ein Headshot. Zwei. Scheiße. Ich hab dich nicht. Komm schon, Headshot. Gib mein Headshot. Ach komm schon. Hab ich ein Headshot nicht? Ja. Perfekt. Komm gleich schlafen, geht das? Ich hab das Feuer hier. Nein, nicht hinsetzen. Kackvogel. Nicht ins Feuer, was? Warum schmeißt du die ins Feuer? Dieses Feuer ist noch nicht, ne? Ja, aber ich hab... Ich hab's grad machen wollen. Warte, ich guck mal. Wir könnten schlafen. Komm her. Lassu dann durch. Ich speicher schnell. Komm. Schlafen. Z. Hoffentlich geht das jetzt. Obwohl die in der Nähe sind. Wär echt kacke, wenn nicht. Schauen wir mal, ob ich das jetzt... Ja. Bitte, 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 bitte. Ganz schnell, aber was... Trink... Äh, Essen. Oh nein. LOL. Wow. Hä? Wo kommt der von mir her? Ich weiß es nicht. Gut, um die Frage zu beantworten, man kann nicht schlafen. Aber haben wir das nicht schonmal gemacht? Ja, aber ich glaub, da waren sie auf der anderen Seite von dem Ding. Ich steh auch rein. Headshot, Headshot, hab ein Headshot gemacht. So, jetzt muss ich aber ganz schnell was essen. Ich glaub, das war's ab... Hä? Da ist wieder einer drin. Ist doch grad voll verpackt, oder? Leckt mich doch am Pimmel. Headshot. Oh gut, das sind wenigstens viele Leichen, ne? Eigentlich theoretisch. Jetzt sollte man schlafen können. Alter, das sind echt viele Leichen. Leute. Ich weich jetzt lieber mal, weil's ja gut gegangen ist. So. Ja, dann merken wir mal, wenn man doch einmal verkackt draußen zu seiner Nacht könnte, das ist echt schieflaufen. Ja, stimmt. Hat funktioniert, jetzt muss ich essen. Leichen liegen noch da, das ist perfekt. Oh, es sind gut für unsere Effigies. Ja. Oh, ich hoffe, das ist noch gutes Fleisch. Choppy, chopp, chopp. Den Kopf will ich eigentlich nicht aufhängen. Oh nein. Oh, es ist essbar. Oh, perfekt. Das ist noch gutes Fleisch. Perfekt. Dann hab ich eigentlich von Vögeln... Ja, bin ich gut. Ich hab vorhin ja das Reh mit dem Kartan erlegt. Was ist hier? Ah ja. Hä? Die ganzen Fallen nochmal aufstellen hier. Gut. Habe ich leider keinen erwischt. Hinhängen? Ah ja, jetzt geht's. Oh, das ist nicht gut. Oh, kacke. Ich muss ganz schnell... Geht nicht, ich muss einfach schnell... Sodassaufen. Okay, irgendwie das ganz rechts, was wir eigentlich am frischesten aufgegangen haben, war richtig schlecht. Und schon wieder. Äh, das ist ein bisschen bitter eigentlich. So. Aber gut, ich trinke teilweise auch mittlerweile nur noch Sode, weil ganz ehrlich, wir haben nie Sode-Probleme. Nie. Da kann man einfach auch mal. Bist du eigentlich schon fleißig am... Zacken? Ja. Brav. Dann machen wir das noch schnell und dann könnte man eigentlich sagen, dass wir... Ja, okay. Lass, ich hab schon wieder Hunger. Ja, bin ich gerade gekannt. Null. Und duscht. Was? Was zum Teufel? Ja. So, mein Guter, ich brauch den Kopf, Beine und Arme, wenn's geht. Aber nur, falls es angenehm ist. Nur, wenn du damit einverstanden bist. Ja, bist du... Oh, das ist aber lieb von dir. Ich hab nichts anderes von dir erwartet. Da brauchen wir noch Arme... Ach so, das bist du. Ist das im Hintergrund? Hey, was macht der Eingeborene da? Was ist das du? Dann brauch ich... Nein, hör auf zu schlagen, was machst du denn? Das wär's noch, wenn man die Eingeborenen so züchten könnte als Arbeitssklaven oder so. So, das bräuchte man. Boah, Alter, das wär so hart. Ich bin mal so... Also, ich bin wirklich... Ich bin mir echt, glaube ich, so gespannt, was die in Forest 2 machen. Nicht von der Story her. Ich hoffe, dass wir schon Neuerungen reinbringen. Nicht von der Story her. Also, ich muss sagen, klar, die Story interessiert mich natürlich auch. Aber, ich hoff einfach mal... Bei so einem Spiel ja schon fast. Äh, dass die mehr Neuerungen von Bauen, beziehungsweise... Ja, dass das Gameplay wirklich neu wird. Genau. Also, ja. Es soll schon so ähnlich bleiben. Ich mein, Forest ist ja geil. Also, es soll ja Forest bleiben. Aber es soll auch, ähm... Ich sag's mal... Vielleicht verbesserungswürdig in manchen Stellen. Mehr... Es soll mehr geben. Es soll verbessert werden. Aber das Prinzip soll gleich bleiben. Genau. Soll genauso aussehen. Also, sehr ähnlich halt. Schöne Umgebung. Neue halt. Aber trotzdem schön im Wald. Und schön... Schöne, geile Atmosphäre. Gegner könnten... Klüger... Klüger würde ich gar nicht sagen. Ich finde die Gegner eigentlich gar nicht mal so scheiße in dem Spiel. Nö, nö, nö. Manchmal vielleicht ein besseres Verhalten von Angriff und Verteidigung, beziehungsweise, ähm... Äh, äh, ja. Muster halt. So Effigies, dass die wirklich bringen. Dass die aggressiv sind und die sauer sind und dich anbrüllen und dann doch weggehen, weil sie Angst haben. Äh... Also, eigentlich kann das Spiel so bleiben, nur umfangreich. Genau. Bleiben umfangreicher. Vielleicht, ich weiß nicht... Und größere Karte. Oder wenn halt so eine Karte, dass man halt ein bisschen mehr entdecken kann. Das ist halt... Ja. Man hat halt kaum sechs Höhlen oder sowas und das war's. Und an der Oberfläche findet man hier und da vielleicht mal ein verlassenes Dorf. Aber das... Aber die sind aber auch teilweise relativ langweilig. Und du sagst nicht, oh geil, schau dir dieses Dorf. Und dann sagst du, hey, da ist wieder ein leeres Dorf. Ja. Gibt's viel Seil. Nimm mal das Seil damit. Oh, hey, da liegt wieder ein Tennisball. Ja. Ja, so eine Art. Es sollte mehr... Genau. Es sollte mehr Spannendes zu entdecken geben. Also, so wirklich... Mhm. Alter, schau dir das mal an. Aber wir sind jetzt bei 37 Minuten, deswegen... Ja. Stimmt. Dann machen wir hier gleich ein Päuschen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen bei dieser Folge und hoffe, dass wir uns wieder in der nächsten Folge sehen. Miauts, genau. Tschüss. Tschau, tschau. bullets... Vielen Dank.